hallo du bist beim golfen mit freude und ja etwas anders es ist spät in der nacht haupt zehn hier in sommerberg in ägypten und ich möchte dir einen kleinen tipp geben zum weiterschlagen ist interessant ich habe ja eine anfängerreise gemacht also für spiele mit handicap 36 bis 54 ich habe am anfang der woche sie gefragt mein teilnehmer gefragt was möchtest möchtet ihr von dieser reise erreichen oder lernen und fast 70 prozent haben gesagt wir wollen den ball weiter schlagen nur wir haben alles mögliche trainiert und aus wir das hinbekommen haben dass die grundlagen besser waren haben wir auch mit dem driver geschlagen und an länge gearbeitet und da war es ein sehr wichtiges thema was oft vorkam ist dass mein teilnehmer den schläge sehr fest gehalten haben und so geschwungen haben also feste hände arme und vor allem die schulter waren fest so und das müssen wir ändern und was sehr oft passierte ist der kopf bewegte sich sehr von seite zur seite vor allem aus kraft eingesetzt wurde und das problem dann ist dass im treffmoment der kopf war so weit vorne dass der ganze loft war weg und der ball konnte nicht hoch fliegen und oft wurde in den boden gehackt so folgendes habe ich meinen schülern gesagt und das solltest du vielleicht auch ausprobieren falls du die bälle höher und weiter mit dem driver schlagen möchtest ich habe ihnen gesagt beim ausholen gucken dass dass ihr den wirbelsäulewinkel beibehaltet also die linke schulter zeigt etwas nach oben nach unten zum boden also nicht das tun und beim ausholen gestatte es die ferse hoch kommen zu lassen die linke ferse beim abschwingen beginne den abschwung durch drücken der ferse in den in den boden und dann beim schlagen beim loslassen der der hände das ist sehr wichtig wir wollen steife hände haben gucken dass der kopf hinter dem ball bleibt wenn du diese paar dinge kombinieren kannst dann kannst du richtig länge erreichen ich versuche es mal einmal so sehr wichtig ist ferse in den boden dann ist der rest der schwung ist eigentlich leicht sehr wichtig ist locker zu sein hände und schulter ja wird ein winkel entstehen lasst diesen winkel sich lösen und gucke dass dein kopf hinter dem ball bleibt du wirst dadurch länge und höhe bekommen und durch diese dieses mit der ferse das ist unten beginn wirst du die arme mehr senken dann dann